Derzeit ist er für die niederländischen Ermittlungsbehörden der Staatsfeind Nummer 1. In der kriminellen Welt gilt er als großer Fisch. Er ist jetzt sehr reich und dank seiner vielen weltweiten Verbindungen kann er tausende von Kilo schmuggeln. Wer mit ihm spielt, macht einen großen Fehler. Er ist als extrem gefährlich bekannt. Dies ist der zweite Teil der Geschichte von Jos Leideggers, auch bekannt als Bolle Jos. Dieses Video zeigt sein Leben seit dem ersten Teil und glaubt mir, es ist viel passiert. Die Suche wird intensiviert und der Druck auf den größten Flüchtling der Niederlande wächst. Aber nun zum Kern der Sache. Das erste Video über Jos Leideggers wurde schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Für alle, die das erste Video noch nicht gesehen haben, Jos Leideggers, auch bekannt als Bolle Jos, ist der meistgesuchte Verbrecher der Niederlande. Schon in seiner Kindheit geriet Jos Leideggers immer wieder in Schwierigkeiten. Als Kind musste er regelmäßig die Schule wechseln und hatte oft Ärger mit der Polizei. Sein Vater war im Schmuggelgeschäft tätig und hatte deshalb sehr gute Kontakte in den Häfen von Antwerpen und Rotterdam. Auf diese Kontakte konnte er sich später verlassen. Am 9. August 2008 gerieten der damals 17-jährige Jos und eine Gruppe von Freunden mit einer Person in Streit. Die Gruppe verprügelte die Person und die meisten von ihnen wurden festgenommen. Jos wurde zu 27 Tagen Jugendarrest und 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Die Richter und ein Psychologe beschrieben Jos als eine Person, die viel redet. Er ist anspruchsvoll und hat das Bedürfnis, immer Recht zu haben. Seine Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken, wurde als sehr begrenzt eingeschätzt. Im Februar 2011 geriet Jos in einen Streit um einen Barhocker. Plötzlich zog er eine halbautomatische Schreckschusspistole und schoss zweimal auf den anderen Mann. Der Bruder des Opfers eilt zur Hilfe. Jos schoss erneut, aber die Kugel streifte den zweiten Mann nur. Nach Jos' Flucht wurde er in einem Garten versteckt aufgefunden und verhaftet. Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Im Gefängnis unternahm Jos nichts, um auf den rechten Weg zurückzukehren. Im Gegenteil. Während seiner Zeit im Gefängnis hat Jos wertvolle Kontakte in die Welt der Kriminellen geknüpft. Einen davon lernte er 2014 kennen. Es war Pete Worte, der in verschiedene Schmuggelaffären und Geldwäschegeschäfte verwickelt war. Im Jahr 2023 ist Jos zu einem wichtigen Akteur im weltweiten Kokainhandel geworden. Jos kennt jeden und alle in der Verbrecherszene. Einige seiner Bekannten sind oder waren Ridouan Taghi, Roger P., auch bekannt als Pete Costa und Edin G. Einige der wichtigsten Namen der Kriminellen, über die ich Videos gemacht habe. Außerdem hat er durch seinen Vater sehr gute Verbindungen zu den wichtigsten Häfen und natürlich Zollbeamte, die er bestechen kann. Tausende von Kilogramm haben Jos und seine Bande über ihre Routen in Mittel- und Südamerika nach Europa geschmuggelt. Und er hat nicht vor, das Tempo zu drosseln. Abgehörte Sky-ECC-Nachrichten enthüllten das Ausmaß von Jos' Schmuggel, aber das war noch nicht alles. Jos wird auch wegen schwerer Gewalttaten angeklagt. Er wird mit dem Verschwinden von Naima Jilal in Verbindung gebracht. Um mehr darüber zu erfahren, sieh dir das Video an, das ihm gewidmet ist. Außerdem wird er der Geldwäsche und der Leitung einer kriminellen Vereinigung beschuldigt. Ende Januar 2023 stürmte die Polizei mehrere Häuser und Büros der Familie von Jos in den Niederlanden. Die Polizei hatte den Verdacht, dass die Familie von Jos große Geldbeträge, teure Geschenke wie Schmuck und Uhren, Markenhandtaschen und anderes erhalten hatte, in dem Wissen, dass all dies mit Schwarzgeld bezahlt worden war. Außerdem beschlagnahmten sie Mobiltelefone, USB-Sticks, Computer und Kameras in der Hoffnung, Informationen über den Aufenthaltsort von Jos zu finden. Wegen des Verdachts der Geldwäsche wurden seine Mutter und seine Schwester festgenommen. Nach kurzer Zeit wurden sie wieder freigelassen, sollten aber später verurteilt werden. Eines war nun sicher. Die Jagd auf Bolle Jos hatte begonnen und auch seine Familienangehörigen waren nicht mehr sicher. Um den Druck weiter aufzubauen, wurde in einer Folge von Obsporing Versocht vom 14. März 2023 verkündet, dass für jede Information, die die Festnahme von Jos ermöglichen würde, eine Belohnung von 200.000 Euro ausgesetzt würde. Zum Vergleich, auf Taghi und Razuki, die zu diesem Zeitpunkt die meistgesuchten Verbrecher in den Niederlanden waren, war eine Belohnung von 100.000 Euro ausgesetzt. Jos war zum meistgesuchten Verbrecher des Landes geworden, zum meistgesuchten Verbrecher von Interpol. Seine Familie wurde überwacht und nun gab es diese Belohnung von 200.000 Euro. Eine Woche später gab die Polizei bekannt, dass sie mehr als 30 Hinweise erhalten hatte, aber sie sagte nicht, ob diese hilfreich waren. Sie wollten nichts über ihre Ermittlungen nach außen dringen lassen. Sein Vater, Jos Leidecker Senior, wurde bei einer Polizeikontrolle, die speziell zur Festnahme von bekannten Kriminellen organisiert worden war, weniger als zehn Tage später in Rotterdam festgenommen. Ein Störsender, der Telefon- und GPS-Signale blockierte, wurde in seinem Auto gefunden. Er wurde festgenommen und einige Zeit später aus der Haft entlassen. Er wird ebenso wie Jos' Mutter und Schwester wegen Geldwäsche verurteilt. Die Polizei beschlagnahm zwei Uhren im Gesamtwert von 140.000 Euro, die angeblich mit dem schmutzigen Geld des Sohnes bezahlt wurden. Rechtsanwalt Guy Vesky, Sohn von Ines Vesky, der Jos Leideckers Junior und die restliche Familie vertritt, behauptet, die Familie werde als Köder benutzt, um Jos aufzuspüren. Was haltet ihr davon? Ist das wirklich so und stimmt ihr mit dem Anwalt überein? Sagt es mir in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Bleibt bei mir. Nur vier Tage später, am 27. März, begann im belgischen Lüttich ein großer Prozess gegen Jos und 45 weitere Verdächtige. Der Fall, der unter dem Namen Pharma bekannt wurde, war das Ergebnis jahrelanger Ermittlungen. Jos war nachweislich der Kopf einer internationalen kriminellen Organisation, die für mindestens eine Lieferung von 1175 Kilogramm in den Hafen von Rotterdam und eine Lieferung von 793 Kilogramm in den Hafen von Antwerpen verantwortlich war. Bei Razzien in Wallonien entdeckte die Polizei einen professionell eingerichteten Raum, in dem Kokain verpackt wurde, sowie ein Lager, in dem die Ware aufbewahrt wurde. Die belgischen Staatsanwälte gingen davon aus, dass diese Gruppe für den Schmuggel von mindestens 15.000 Kilogramm Kokain verantwortlich war, hatten aber keine Beweise für ihre Theorie. Wie man sich vorstellen kann, erschien Jos nicht vor Gericht und wurde in Abwesenheit verurteilt. Nachdem er die Niederlande verlassen hatte, versteckte sich Jos zunächst in Spanien, dann in Dubai und es wird vermutet, dass er sich in der Türkei versteckt, wo er unter großem Schutz ist. Seine Mutter und seine Schwester wurden im August und Dezember 2022 bei Reisen in die Türkei beobachtet, wo sie sich angeblich mit Jos auf einer Luxusjacht treffen wollten. Was wirklich faszinierend ist, ist die Tatsache, dass Jos nach zuverlässigen Quellen bereits zweimal in der Türkei verhaftet wurde, aber nach Zahlung hoher Geldbeträge wieder freigelassen wurde. Könnt ihr euch vorstellen, wie das passieren konnte? Wie viel er für seine Freiheit wohl bezahlt hat, würde ich gerne wissen. Wahrscheinlich mehrere Millionen. Das ist ein Grund zum Nachdenken. Wäre Jos in der Türkei unberührbar? Naja, nein. Nach zwei gescheiterten Versuchen führte die türkische Polizei Anfang Juni 2023 eine groß angelegte Operation durch. Insgesamt wurden 23 Verdächtige im ganzen Land verhaftet. Alle werden der Geldwäsche und des Drogenhandels verdächtigt. Alle haben Verbindungen zu Jos, einer von ihnen sogar zu Jos' Schwager. Vermögen im Wert von 40 Millionen Euro, Uhren, Schmuck und eine Goldwaffe im Wert von 4 Millionen wurden beschlagnahmt. Diese Aktion war ein schwerer Schlag für die Organisation von Jos. Nach unserem Kenntnisstand liegen jedoch keine Informationen darüber vor, wo sich Jos befindet. Am 25. Juni 2023, als es nicht mehr schlimmer kommen konnte, wurde Isaak B., die rechte Hand von Jos, in der Türkei verhaftet. Der 29-jährige Isaak, der sich ebenfalls auf der Flucht befand, wurde in Abwesenheit zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, eine kriminelle Vereinigung geleitet zu haben, die für den Schmuggel von mehr als 5700 Kilogramm und die Geldwäsche von 6,5 Millionen Euro verantwortlich war. Im Februar 2023 wurde Isaak B. in Belgien strafrechtlich verfolgt, weil er eine kriminelle Organisation leitete und eine Schießerei in einem Restaurant eines seiner Rivalen auslöste. Isaak ist dafür bekannt, die rechte Hand von Jos zu sein. Für Jos und den Rest seiner Organisation ist seine Verhaftung daher ein schwerer Schlag. Isaak wurde, wie der Rest der Gruppe, in der Türkei verhaftet. Das lässt uns vermuten, dass Jos sich dort auffällt und die Polizei ihm auf den Fersen ist. Wenn er erwischt wird, ist er ein Leben lang im Gefängnis. Das sagen die Experten. Um der Polizei zu entkommen, tut er alles, was in seiner Macht steht. Immer wieder gelingt es ihm, nicht gefasst zu werden, trotz des ständigen Drucks. Er bleibt der meistgesuchte Verbrecher der Niederlande. Wie lange wird er noch auf freiem Fuß sein? Das werden wir sehen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Gefällt mir, abonniert und klickt auf die Glocke, um Benachrichtigungen über neue Videos zu erhalten, falls ihr dies noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.